Hallo zusammen. Aufgrund der Vielzahl an Gratulationen, die mich heute erreicht haben, muss ich davon ausgehen, dass ich heute Geburtstag habe. An erster Stelle möchte ich natürlich allen danken, die mir gratuliert haben. Sei es über Facebook, über Telefon, SMS oder persönlich. So weit soll es heute auch noch geben. Und ich habe eine Frage gestellt bekommen, heute mehrfach schon, die mich nachdenklich gemacht hat. Und die Frage war so, immer bis jetzt fast 30, wann wirst du denn mal erwachsen? Und da habe ich mir echt den Kopf drüber zerbrochen. Also ich habe nachgedacht und einige von euch machen Karriere überall auf der Welt. Einige von euch haben schon Häuser gekauft, manche haben Kinder. Und dann ist mir irgendwann so eine Eingebung gekommen. Ich habe mir gedacht, beweis den Leuten, dass du erwachsen bist. Und dieses Video ist der Beweis dafür. Ich wünsche dir viel Spaß. Und das Video ist der Beweis. 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 Und das Video ist der Beweis.